Ich finde es sehr unglücklich, dass jetzt eine Partei versucht, mit diesem Thema bilaterale Verträge aufzukünden, EU nicht mehr zusammenzuarbeiten oder anders zusammenzuarbeiten, dass das sehr gefährlich ist, sehr populistisch ist. Immerhin sind es unsere Nachbarn, es ist unser bester oder grösster Handels-Außenpartner und von daher müssen wir mit denen in Gesprächslösungen suchen. Das ist ganz klar. Wir sind selbstverständlich nach wie vor für einen bilateralen Weg. Darum bin ich sehr froh, hat der Bundesrat die Woche jetzt so entschieden, dass man den Weg weitergehen muss. Man muss ihn sicher modifizieren, aber das kann man nur in einem gegenseitigen Gespräch mit der EU und so bin ich überzeugt, wird man zu guten Lösungen kommen.